Von Memphis nach Mexiko An unserem zweiten Tag in Memphis waren wir im Metal Museum. Dort findet man nicht etwa Metal Musik, sondern allerlei Ausstellungsstücke aus Metall, von kleinen Ohrringen bis zu riesigen schmiedeeisernen Objekten wie Zäunen oder Toren. Alles von Eisen über Kupfer bis hin zu Silber und Gold. Das Metal Museum liegt außerdem direkt an den Ufern des Mississippi River und man hat einen fantastischen Blick über den abendlichen riesigen Fluss. Und ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Ich bin super, Katrin. Von Memphis nach Mexiko Von Memphis nach Mexiko Und ein Besuch das sich in der Welt verabschiedet wurden in der Welt. In der Welt ist es mir sehr, sehr viele Menschen, Das ist mir sehr, sehr viel Zeit. Geniet es gut, dass es sich eben auf dem Geht, Untertitelung des ZDF, 2020